Du, ich, dieses Video. Das ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber wenn du es geguckt hast, dann schau doch mal bei Meinungsmacher vorbei. Da gibt es jeden Tag neue Informationen aus den Nachrichten und aller Welt mit politischen Themen. Oder vielleicht beim zweitklassigen Reaktionskanal. Denn wir haben so viele Reaktionen, dass die halt nicht auf den Hauptkanal passen. Also guck da gerne vorbei. Und jetzt weiter mit dem Video. Cut! Wir schauen mal in die Reaktionen und fangen mal an mit dem Parabelritter-Video. AfD besiegt alle. Fragezeichen. Wir haben ja vor zwei Wochen mit dem Parabelritter gesprochen und unsere Position dazu ausgetauscht. Und jetzt will ich mal sehr, ich bin mal sehr gespannt, wie dieses Video wird. Na Freunde, nerven euch die Rechten auf TikTok? Echte Männer sind rechts. Ach nein, nicht Maximilian Krah, die alte Faschosau. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt es auch mit der Freude. Gleichzeitig werden wir in Thüringen... Oh Gott, nein. ...anfangen abzuschieben, abzuschieben, abzuschieben. Streichung des Bürgergelds für ausländische Staatsbürger, weil sie Deutschland hassen. Frühsexualisierung bei unseren Kleinsten. Ich könnte kotzen. B.S. auch satt, euch erzählen zu lassen, dass ihr Nazis seid. Nur weil ihr Nazis seid? Ohohoho. Ohohoho. Sieht man, wie verantwortungslos und feige Politik sein kann. Dieses Land fährt gegen die Wand. Dass sie kriegsbegeistert sind von der CDU, CSU, das wissen wir. Unsere Zukunft ist nicht der linke Unsinn. Unsere Zukunft ist rechts. Werden die vollen, die sich gegen das deutsche Volk stellen. Wollen wir uns runter, ganz hoch. Offenbar ist der Rest der Politik völlig machtlos dagegen. Aber ein Mann, der will die AfD auf TikTok jetzt in die Schranken weisen. Karl Lauterbach ist jetzt auf TikTok. Revolution bei TikTok. Heute geht es los. Mein erster TikTok-Beitrag. Neben mir ein Experte, Sascha Lobo. Der kennt sich aus. Ich bin Laie. Grüße an die Boomer. Wir machen jetzt Sendung. Nee, komm, wir machen hier weiter. Die Demokratie ist gerettet. Oh mein Gott. Ich war ja letztens im Fernsehen, um genau zu sein bei Hart, aber fair. Und ich kann euch sagen, da prallen Lebensrealitäten aufeinander. Thema der Sendung war Gefahr durch Social Media. Und mit am Start Karl Lauterbach. Aber warum? Dafür, dass er ein paar Worte über die Legalisierung zum 1. April loswerden konnte? Nein. Es ging um etwas viel Banaleres. Karl Lauterbach ist jetzt TikTok beigetreten. Ja, Karl Lauterbach hätte da einfach auch. Ich weiß nicht, warum der da war. Also, keine Ahnung. Den hätten sie auch einfach nicht einladen müssen. Der war vielleicht im Studio zufällig. Ist da in der Publikumsreihe eingeschlafen und dann aufgewacht. Und dann haben die Hart oder Fair gefilmt. 2024 reicht das scheinbar noch als Aufhänger für eine große Politik-Talkrunde im ersten deutschen Fernsehen. Warum Lauterbachs TikTok-Beitritt perfekt illustriert, was hier schiefläuft und wieso die Parteien nicht nur auf TikTok so sehr den Anschluss an die AfD verloren haben, das finden wir heute heraus. Wobei, das stimmt. Das fand ich auch interessant, dass Karl Lauterbach nur ein eigenes Handy für TikTok hat, weil man der App nicht so vertrauen kann. Wir führen in Deutschland ja gerne mal so eine Verbotsdebatte. Wenn man was verbietet, muss man sich damit nicht mehr auseinandersetzen. Herrlich! Besonders heiß ist gerade die Debatte um das Verbot von TikTok. Angefacht wird das von den Entwicklungen in den USA. Da gerät TikTok zunehmend auch in Bedrängnis. In verschiedenen Staaten der USA ist Regierungsbeamten die Nutzung TikToks untersagt. Im Mai 2023 verbot Montana als erster Bundesstaat TikTok auf allen persönlichen Geräten. Allerdings wird das noch vor Gericht angefochten. Und jetzt wurde ein Gesetzesentwurf beschlossen, der ByteDance dazu zwingen würde, TikTok zu verkaufen, wenn es in den USA nicht gesperrt werden soll. Aber die USA wären damit nicht das erste Land. Seit 2021 ist die App beim Rivalen Chinas Indien komplett und permanent verboten. Da kommt es ja auch immer wieder zu Grenzstreitigkeiten. Ich unterstütze das TikTok-Verbot übrigens. Es ist ein Instrument für Fehlinformationen und anscheinend aufgrund der Tatsache, dass es ein unterschiedliches TikTok gibt mit einem ganz anderen Algorithmus für chinesische Menschen. Eine bewusste Entscheidung zur Desinformation für die westliche Welt. Also weg mit TikTok. Es ist oft angespannt. Mittlerweile haben auch Großbritannien, Belgien und die EU-Kommission die Nutzung der Kurzvideo-App für Regierungsbeamte verboten. Vermutlich, um die Bevölkerung vor noch mehr Cringe zu schützen. Oh ja, das wäre natürlich auch gut. Moment, ich will nichts vorwegnehmen. Grund sind die Bedenken bezüglich der Daten, die direkt an die chinesische Regierung gelangen könnten. Und das ist gar nicht weit hergeholt. Chinesische Unternehmen müssen seit einem Gesetz aus dem Jahr 2017 mit dem Staat zusammenarbeiten und Daten teilen, wann immer es die Regierung anordnet. Ach was, da ist bestimmt nichts Problematisches dran. TikTok, das ist ja eine App aus China. Wenn die Chinesen das selber benutzen, dann können wir doch genauso darauf vertrauen, oder? Wir nutzen sie aber nicht selber. Nur, dass es TikTok in China gar nicht gibt. Oh. Da bietet ByteDance, die Firma dahinter, Dujin an. Der Unterschied? Dujin wird von der chinesischen Regierung streng kontrolliert und zensiert. Ja, verdammte Zensuren diesem Unrechtsstaat. Das beinhaltet beispielsweise, dass Benutzer unter 14 Jahren nur auf kindersichere Inhalte zugreifen und die App nur 40 Minuten am Tag nutzen können. Sie können die App von 22 bis 6 Uhr nicht nutzen. Bei TikTok gibt es diesen Jugendschutz allerdings nicht. Ich will jetzt damit nicht sagen, nehmt euch ein Beispiel an China. Aber wenn es nach TikTok-Relevanz geht, wäre Ulrich Siegmund, Fraktionschef der AfD Sachsen-Anhalt, einer der wichtigsten Politiker des Landes. Er ist der erfolgreichste deutsche Politiker auf TikTok. Ihm folgen dort mehr als 370.000 Menschen. Wenn wir uns ansehen, wie gut die AfD hierzulande auf TikTok performt im Vergleich zur Konkurrenz, kann man schon mal auf die Idee kommen, dass TikTok zu verbieten auch eine Maßnahme wäre, die Demokratie zu schützen, right? Hm. Irgendwie klingt das sehr problematisch, wenn man es so sagt. Das ist tatsächlich der faulste und gefährlichste Schluss, zu dem man bei der Betrachtung der Gesamtsituation kommen kann. Sorry. Das hat geradezu autoritäre Züge und vermittelt vor allen Dingen eins. Hilflosigkeit. Ich weiß nicht, ob wir uns 2024 immer noch darüber unterhalten sollen, dass wir, also wir können Social Media... Das ist ja ein grundsätzliches Problem, ne? Social Media ist ein Problem. Social Media ist kein Vorteil mehr. In keiner Art und Weise. Es gibt zu viele Nachteile, die die Vorteile der Vernetzung deutlich überwiegen. Neben den eigenen geistigen Gesundheitsen ist Desinformation zu einer Waffe geworden. Und wenn man Social Media betrachtet und die Desinformation als Waffe sieht, dann ist die Frage, wie viel Einfluss kann und sollte der Inhaber der Social Media Plattform auf diese Desinformation haben? Und die Antwort ist sehr, sehr viel. Deutlich mehr, als es jetzt ist. Und das gilt für Social Media universell. Das gilt auch für Twitch tatsächlich. Twitch macht da aber relativ wenig, genau wie YouTube da noch zu wenig macht. Mehr als TikTok, aber immer noch zu wenig. Ex, ehemals Twitter, lassen wir jetzt mal außen vor, das ist zu einem verschwurbelsten, zu dem verschwurbelsten Haufen Scheiße für Rechtspopulisten geworden, den man sich vorstellen kann in kürzester Zeit. Und TikTok, gerade TikTok mit einer Zielgruppe von übermäßig jungen Leuten, da macht es für mich schon einen Unterschied, ob jetzt amerikanische Firmen Informationen haben oder chinesische. Das macht für mich einen Unterschied einfach. Das macht für mich einfach einen Unterschied. Kann für Leute keinen Unterschied machen, weil die Amerikaner sind ja genauso wie die Chinesen. Deswegen ist in China, sind so viele sozialen Medien aus Amerika erlaubt. Wank, wank. Das ist halt ein deutlicher Unterschied. Ja, dieses, das ist, meine Position ist, vielleicht verändert sie sich ja, vielleicht wird das jetzt hier nochmal anders thematisiert, tatsächlich TikTok zu verbieten, ja. TikTok muss nicht nur in den USA, sondern eben dann auch in europäischen Nationen vielleicht mal überdacht werden, ob das so geil ist, das zu haben. Und auch eine Abgehobenheit. Man beweist, wie weit man vom Puls der Zeit eigentlich schon weg ist. Die Erfolge der AfD auf Social Media, die kommen nicht von ungefähr. Woher die kommen? Ja, es ist doch total simpel, Leute. Euch die Lösung jetzt einfach nennen? Nee, 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 nee. Ihr kommt da selber drauf. Da bin ich mir sehr sicher. Ich nehme euch jetzt erstmal mit auf eine kleine Zeitreise. Außerdem eine Reise nach Bella, Italia. Fast so immersiv wie die italienischen Wochen bei Lidl. Uff. Ist das schon wieder italienische Wochen bei Lidl? Hier treffen wir auf einen Mann, dessen Vorbild Deutschlands Kulturlandschaft und Gesellschaft entscheidend mitgeprägt hat. Und das als Ausländer. Als Ausländer. Ihr wisst, von wem ich rede. Ganz klar. Es geht um Silvio Berlusconi. Wie bitte? Der Bunga-Bunga-Typ? Genau der. Letztes Jahr erst verstorben. Die Eltern unter euch erinnern sich. Der war viermal Ministerpräsident von Italien. Und so unfassbar unseriös, wie er auf uns in Deutschland gewirkt haben mag. Er war sogar der mit der längsten Amtszeit in der Geschichte der italienischen Republik. Und sein Leben bot Stoff für einen Wirtschaftskrimi, wie man ihn sich in Italien eben so vorstellen würde. Er steckte mit der Mafia unter einer Decke und war bekannt für seine Orgien und Affären. Oder wie die Süddeutsche schreibt, seiner Leidenschaft für junge Frauen. 2011 war noch ein weirdes Jahr. 2011 einfach. Die meisten davon waren ca. 20 Jahre alt und hätten damit problemlos seine Enkelin sein können. Vielleicht sogar seine Urenkelin. Und dann war da noch Ruby, die Edelprostituierte, die allerdings noch nicht so volljährig war. Sagen wir so, er hatte einen sehr negativen Einfluss auf das Frauenbild in Italien. Und was hat ein ekelhafter alter Mann, der Sex mit Minderjährigen hatte, mit der AfD zu tun? Let's find out. Und damit meine ich mehr als das fragwürdige Frauenbild. Ich bin hier gerade mit Herrn Höcke im Thüringer Landtag und die JA hier ist richtig geil. Ja, in Thüringen. Die JA hier ist richtig geil. Und gesichert rechtsextrem. Nicht vergessen, gesichert rechtsextrem. Das ist noch anderes ganz geil. Bevor Berlusconi in die Politik ging, war er vor allen Dingen eins. Unternehmer. Sein Reichtum stammt aus dem Bauwesen. Und verwaltet wurde all das durch die Holdinggesellschaft Fininvest SPA mit Sitz in Mailand. Da lief alles mit rechten Dingen, oder? Naja, die war enormen Vorwürfen der Korruption ausgesetzt, wodurch Berlusconi über eine halbe Milliarde Dollar Strafe zahlen musste. Aber weder seinen exorbitanten Reichtum noch seine Macht, ja nicht mal seine Beliebtheit in Mailand konnte das irgendwie brechen. Das Zentrum seines Imperiums war von Anfang an in Mailand und trotz all der Skandale, die er in seinem Leben zusammengesammelt hat, beerdigte man ihn dort auch mit einer riesigen Zeremonie. Ja, also dass Silvio Berlusconi gestorben ist und die Leute traurig waren, habe ich gedacht. Weil, naja. Und das, weil es eben sein ganz besonderes Talent war, genau zu wissen, wie man die Menschen von sich begeistern kann. Er kaufte den Fußballklub AC Mailand, den er dann 2017 nach China verkaufte. Aber das Wichtigste. Medien. Der hatte viel mit Medien zu tun. Das war sein Medienunternehmen, Media for Europe NV, kurz MFI, das bis 2021 noch Mediaset SBA hieß. Die Geschichte MFIs beginnt mit der Gründung 1995, aber die Ursprünge, die liegen eigentlich im Jahr 1978. Damals ging der lokale TV-Sender Tele Milano auf Sendung, begründet von Berlusconi als einer der ersten lokalen TV-Sender Italiens überhaupt. Und das ist wirklich etwas Besonderes. Es gab eine Zeit, in der Fernsehen ausschließlich von staatlicher Stelle aus angeboten wurde. Erst zwei Jahre zuvor waren kommerzielle TV-Sender überhaupt erlaubt worden. Aber mit zwei Einschränkungen. Weder durfte landesweit noch live ausgestattet. Der Medienkonzern hat übrigens auch Anteile an Deutsch, also meines Wissens auch Anteile an deutschen Medienkonzernen. Also das ist so, die sind immer noch ziemlich riesig. Berlusconi umging dieses Dilemma legal und eloquent. Er gründete einfach mehrere Sendernetze, die es dann sogar mit öffentlich-rechtlichen Fernsehen Italiens aufnehmen konnten. Heißt, Berlusconi erwarb lokale Fernsehsender und brachte dort dann dasselbe Programm. Wird eine Ungarnreaktion. Ja, ich kenne das alles schon. Also Berlusconi, wenn man Berlusconi kennt und sich ein bisschen mit Berlusconi befestigt, dann kriegt man diese ganzen Sachen raus. Und das dann landesweit verteilt, eben auf mehreren Fernsehanstalten. Und so konnte er die Einschränkungen umgehen. Er drippelte damit einfach mal das System. Und vielleicht bewies er, dass privates Fernsehen kommerziellen Erfolg haben könnte. Sodass auch in anderen Ländern sich der Markt zu liberalisieren begann. Auch in Deutschland. 1995 wurden die Sender dann zusammengeschlossen. Die Firma ging an die Börse und ist mit einer ziemlichen Monopolstellung, jetzt in Italien, eine der profitabelsten TV-Konzerne der Welt. Der MFI gehören mittlerweile sogar mehr als ein Viertel von ProSieben Sat.1-Media. Sprich, die haben einen direkten Einfluss auf das, was so auf zwei der größten privaten Fernsehsender, die bei uns laufen, passiert. Man könnte sogar so weit gehen, zu behaupten, dass Berlusconi der Wegbereiter des kommerziellen Fernsehens auch hier in Deutschland war. Und auch Forbes gehörte er mit seinen ca. 7 Milliarden US-Dollar zu den reichsten Italienern überhaupt. Und gehörte. Was macht man mit so viel Geld und privaten Fernsehsendern, die einem so gehören? Genau, man geht in die Politik. 1994 gründete er dann die Partei Forza Italia. Die trat für konservative und wirtschaftsliberale Werte ein. Und hat den Weg übrigens geebnet für die faschistische Regierung, die jetzt in Italien regiert. Also hat sich klar dafür positioniert und hat da unterstützt, bevor er gestorben ist. War zudem sehr populistisch. Und Berlusconi gab natürlich den Ton an. Und es gilt als erwiesen, dass Mitte-Rechts-Wähler oft Berlusconis TV-Gruppe schauten. Das ist natürlich reiner Zufall. Mit Forza Italia schmiedete er drei Mitte-Rechts-Koalitionen. Aus der Partei spaltete sich übrigens 2013 die Partei Fratelli d'Italia ab. Klingt jetzt wie eine lustige Nudel, ist aber eine faschistische Idee. Und falls ihr denkt, den Namen, den kenne ich doch. Ja, vermutlich. Die Fratelli regiert nämlich aktuell unter Ministerpräsidentin Georgia Meloni. Aber nochmal zurück. Berlusconi hatte bereits den größten... I'm sorry, dass ich da immer mit reinwerfe jetzt einfach. Irgendwann weiß ich sicherlich irgendwas nicht mehr. Und dann sagt der Parabelritter das und ich sage... Oh... ...manziellen TV-Konzern Italiens. Und konnte dann auch noch als Regierungschef die Personalpolitik der staatlichen Reihsender bestimmen. Ach ja, die Populisten und der Angriff auf die Öffentlich-Rechtlichen. Einer der größten Schriftsteller aller Zeiten, Umberto Eco, sprach von einem Medienregime. Und sagte, Recht hat, wer zuletzt spricht. Und was lernen wir aus diesem Beispiel? Werdet YouTuber. Da widerspricht euch nämlich niemand am Ende eurer Videos. Äh, Joke. Außer ein anderer YouTuber, der darauf reagiert. Der dann, dem dann widersprochen wird von einem anderen YouTuber, der darauf reagiert. Aber da ist schon irgendwie was dran, oder? Wer das Medium der Zeit versteht oder wie in Berlusconis Fall sogar kontrolliert, der kann das zu politischem Einfluss verwandeln. Reichweite allein nützt nicht. Man muss sie schon zu nutzen wissen. Und das ist das Geschäft des Populismus. Oxford Languages definiert Populismus als von Opportunismus geprägte, volksnahe, oft demagogische Politik, die das Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen im Hinblick auf Wahlen zu gewinnen. Genau dessen bediente sich Berlusconi. Einfache Sprache, Themen, die möglichst viel emotional bewegen und Geschwindigkeit auf aktuelle Trends sofort aufspringen zu können. Kann ja jeder skrupellose Anfänger adaptieren. Politische Propaganda mit dem Anzeigenhauptmeister? Ja, ist auch passiert tatsächlich, ja. Na klar. Und Berlusconi ist ja nur ein Beispiel von so vielen, vom Buchdruck bis zu Narendra Modi, dem Premierminister von Indien. Die Geschichte zeigt es uns immer wieder. Und ich denke, wir sind nicht die Einzigen, die sich mit diesem Zusammenhängen mal auseinandergesetzt haben, ne? So, wäre es vielleicht denkbar, dass das auch heute bei anderen Medien möglich ist? Zum Beispiel bei TikTok? Ja, natürlich ist das so. Die AfD hat die Plattform jedenfalls von Anfang an ernst genommen und ihr Potenzial erkannt. Mit Erfolg. Laut Augsburger Allgemeinen hatten Inhalte der AfD noch im Februar zusammengenommen 18 Millionen Likes. Jetzt wird der Anzeigenhauptmeister noch unsympathischer. Der wusste nichts davon. Da ist ein Typ auf ihn zugekommen, der hat nach einem Selfie gefragt und dann hat die AfD das auf ihrem Twitter-Profil verteilt. Da wollte halt jemand ein Foto mit ihm machen, der hat das gemacht. Die haben das Foto genommen und haben es parteipolitisch verwurstet. Der hat da überhaupt nichts mit zu tun. Der ist halt einfach bekannt. Er hat dann gesagt, da wurde auch da drunter geschrieben, der hat irgendwie die Grünen angezeigt und er hat dann gesagt, das war irgendein Typ, das ist keine parteipolitische Werbung und so. Das ist halt einfach, das ist das, was Faschisten machen. Ist auch bei Tanzverbot passiert übrigens in der Vergangenheit, ne? Kommt so ein Faschist von irgendeinem, wird halt instrumentalisiert, um eine Zielgruppe anzusprechen, ne? Ne, von der JA war das nicht, glaube ich. Ah, von der JN, junge Nationalisten, glaube ich. So war das. Ne? Der JA war das, glaube ich, nicht. JN war das. Das hat er irgendwie abgekürzt. Den anderen Parteien weit voraus. So was passiert. Die zweitplatzierte Linke habe etwa 6 Millionen. Im Schnitt erreichen Videos der AfD-Bundestagsfraktion die zehnfache Reichweite anderer Parteien. Und dabei hat die AfD nicht mal die allermeisten Accounts. Die anderen Parteien haben sogar aufgeholt. Das beweist die Google-Tabelle von Medienwissenschaftler Martin Fuchs vom 20.03.24, also ziemlich aktuell. Also, allein dabei zu sein, ist also nicht der Grund für Erfolg. Teil des Erfolgs der AfD ist die Dezentralisierung. Es gibt nicht nur einen einzelnen Account, sondern ein weitverzweigtes, dezentrales Netzwerk aus Abgeordneten, Landtagsfraktionen, Lokalpolitikerinnen, Fanseiten sowie rechten und rechtsradikalen Influencern. Und das ist ein weiterer sehr interessanter Punkt, den man dann nicht vergessen sollte. Die Befeuerung der Reichweite ist nicht allein den eigenen Kanälen geschuldet, sondern dem Netzwerk, das dahinter steckt. Und dieses Netzwerk, das macht auch resilient. Ja, man ist nicht mehr so anfällig auf Löschung. Und der TikTok-Algorithmus, der sorgt dafür, dass auch kleine Kanäle mit entsprechendem Inhalt große Reichweite erlangen können. Das ist ja nett. Wenn man jetzt noch viele Leute hätte, die sich richtig für ein gemeinsames Ziel reinhängen. Ich meine, gerade wurde ja bekannt, dass mindestens 100 Rechtsextreme für die AfD-Bundespartei arbeiten, mit Verbindung beispielsweise zur Identitären Bewegung. Und dass ungefähr 1000 Rechtsextreme ReichsbürgerInnen und Querdenker in offene Haftbefehle haben, die noch nicht aufgegriffen wurden im Vergleich zu Linksextremen 19. Ja, ganz schön viel linke Gewalt auf der Straße. Surprise! Zusammen mit diesen Aktivisten und Influencern, deren Content-Strategie auf Empörung fußt, ist also für ein permanentes Grundrauschen gesorgt. Und der Aufbau der Plattform, der tut ihr Übriges. Content, der emotionalisiert, also zur Reaktion führt, der klickt. Aber alles auf den Algorithmus zu schieben, das wäre zu einfach. Denn der richtet sich am Ende ja auch an die Nutzergewohnheiten auf so einer Plattform selbst aus. Genau, am Ende seid ihr halt auch selber schuld, dass alles den Bach runter geht. Wie sieht das denn so aus aktuell auf TikTok? Nun, zuallererst werden besonders oft und gerne Redebeiträge aus dem Bundestag als kurze Mitschnitte eingeblendet. Da es sonst niemand tut, will ich von diesen Menschen hier mal reden. Und ich spreche auch von den Rentnern, von den Rentnern, die aus Solidarität frieren sollen. Vor allen Dingen vom Flaggschiff der Parteichefin Alice Weidel. Falls Sie in einem Land leben, in dem Sie für das Fischen ohne Anglerschein bestraft werden, jedoch nicht für den illegalen Grenzübertritt, ohne gültigen Reisepass, dann haben Sie das volle Recht zu sagen, dieses Land wird von Idioten regiert. Boom! Dem politischen Gegner hat sie komplett wasted. Ja, total. Wirkt ja fast, als sei das genauso geskriptet worden, um diesen Eindruck bei den jungen Zuschauern zu erwecken. Oh. Die das dann auch schön teilen. Hm, ist das Zufall, dass die politischen Reden der AfD so super in einen Short verpackt werden können? Guess what? Laut Politologe Johannes Hill hier werden die Reden von vornherein genauso designt, dass kurze Passagen mit radikalen Passagen ausgekoppelt werden können und das funktioniert. Seien wir mal ehrlich. Wer schaut sich denn die Live-Aufnahmen aus dem Reichstag an, wenn man die Highlights als bequemes Short genießen kann? Und das dann auch noch mundgerecht über die For You-Page. Blöd nur, dass man bei der Auswahl dieser Highlights eben nur genau das wiedergibt, was der Zuschauer erfahren soll. Die Botschaften sind nicht differenziert, sie polarisieren. Und oft fehlt eben dadurch der Gesamtzusammenhang. Und wie gewinnen wir denn diese Leute zurück, Alex? Wie gewinnen wir diese Leute zurück? Das nennt man dann Dekontextualisierung. Ich meine, stellt euch vor als Beispiel, im Video ist es so geschnitten, als ob jemand die Frage beantwortet, wie viel 2 plus 2 ist. Er sagt 4. Triumphal. So richtig alles. Aber die eigentliche Frage, die davor gestellt wurde im echten Kontext, die wurde rausgeschnitten und die war eigentlich, wie viele Teile hat eine Trilogie? Wenn man sich keine Sorgen machen muss, einen Kanal zu verlieren, weil der wegen Desinformation gelöscht wird, kann man sowas natürlich mal verbreiten. Die Gesichter der Partei, wie dieses hier, mit dem Namen Maximilian Krada... Der Typ, und ich meine, jetzt gehe ich voll auf Bodyshaming, will dir was erzählen, wie du eine Freundin kriegst. Der. Das ist so, als würde ich dir einen Abnehmkurs verkaufen. ... dazu. Die emotionalisieren gern mal. Vor allen Dingen mit dem Thema Familie. Deine Mutter wird im Alter arm sein. Weil sie nicht bei den Grünen Karriere gemacht hat. Weil die Grünen, genau. ... hat, sondern dich großgezogen hat. Und deine Geschwister. Ja. Darum die Grünen sind die Mutter. Deine Mutter ist grün. Die Trümmel hat es auch verdient. Weil sie zurückgesteckt hat, damit ihr es gut habt. Nicht nur das. Auch das Feindbild wird schnell und bequem bestimmt. Davon kann keiner leben. Das Geld, das man bräuchte, um sie zu belohnen, für ihr... Kommt ja in die Ausländergestecktung. ... und das, was ich für euch getan habe. Das geht raus für Flüchtlinge. Ausländer. Für Klimaschwachsinn und für 53 Geschlechter. Ja, genau. Für die 500 Geschlechter, Alter. Wenn auch andere wie Miguel Claus, der seine politische Gesinnung dann süffisant grinsend als Gruß zum Frauentag verpackt und unterschwellig Ganserer angreift. Leute, ich wusste schon immer. AfD-Politiker, das sind eigentlich Satiriker. Ihre Witze, die sind nur einfach unfassbar schlecht. Ein Kontrastprogramm vom Allerfeinsten. Und zwar eins, das sich durch eine Vielzahl von kampagnenartig organisierten Kanälen auf TikTok zeigt. Etwa, wenn man nach dem Hashtag Sei schlau, wähl blau Ausschau hält. Und dieser Hashtag, der hat, Stand heute, 5792 Posts. Kriegen wir mehr Kommentare hier unter diesem Video hin? Macht mal ein bisschen Lärm für eure Lieblingsstadt in Ostdeutschland. Ja, darunter. Meine Antwort, die kennt ihr. Jedenfalls, unter diesem vordergründig schlumpfigen Hashtag wird nicht nur die Ampel selbst diffamiert und verunglimpft. Und Baerbock jetzt ins Gefängnis. Diese Blitzmeldung solltest du auf dem Schirm haben. Es ist kein Scherz, es gibt die nächste Klatsche. Die Ampel wurde jetzt rechtskräftig verurteilt. Oder straight up plump beleidigt. Nein, die AfD wird natürlich im Gegenzug als volksnah präsentiert. Etwa hier als Weidel ein Hund streichelt. Schaut mal, wie tierlieb die ist. Und die sitzt mit den einfachen Leuten zusammen. Ich dachte, die würde die alle fressen. Ja, meine Güte. Auch die AfD selbst teilt da Inhalte. Eigenlob stinkt, lernt man normalerweise im Kindergarten. Aber vielleicht waren die da im Sandkasten verbuddelt oder so. Ich muss euch mal was... Wie kriegt man die denn jetzt... Also, okay, wir wollen TikTok nicht verbieten. Die AfD dürfen wir auch nicht verbieten. Wie kriegen wir die denn jetzt zurück, die Faschisten? Also, das sind natürlich nicht alles Nazis, die Nazis wählen. Aber wie kriegen wir denn die Faschisten zurück jetzt? Ich muss gestehen. Ich habe früher Leute, die mir nicht gepasst haben, mit der Schippe gehauen. Hoffentlich habe ich da jetzt keine Traumata erschaffen, die manche nie überwinden konnten und jetzt in politischen Frust umwandelten. Tut mir leid. Die Plattform selbst spielt AfDlern in die Hände. So Eva Behrensen von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Die Plattform belohnt Hass, Überspitzung und Populismus. Ja, jede Plattform benohnt Hass, Populismus und Überspitzung, gerade weil es sich anklickt. So funktioniert der Algorithmus auf jeder sozialen Medienplattform, auf YouTube. Auf Twitch kann er nicht funktionieren, weil das keinen Algorithmus gibt, der sowas irgendwie fördern kann. Aber das liegt nur in dieser Livestreaming-Sache. Aber alles, was besonders kontrovers ist, besonders kontrovers in diesem Fall, wird halt extrem, extrem durch den Algorithmus noch in Timelines gepusht von Leuten, die es nicht gesehen haben. Auf Twitch gibt es nur, hat viele Zuschauer, hat nicht so viele Zuschauer. Guck mal, du kennst diesen Just Chatting Streamer? Guck mal, willst du diesen Just Chatting Streamer gucken? Das ist halt wirklich, das ist wirklich, also so, 1999-Algorithmus, also wirklich. Die AfD greife Themen aus dem Alltag junger Menschen auf und verbindet die dann mit rechter Ideologie. Und das zieht... Politik wird doch gebannt auf Twitch, wenn der Content darauf abzieht oder nicht. Hä? Es gibt offen rechtsextreme Leute auf Twitch, die halt einfach auch rechtsextremen Propaganda machen. Hier wird überhaupt nichts gebannt. Das wird auch nicht mal wirklich moderiert, würde ich sagen. Das passiert nicht, nein. Laut Medienwissenschaftler Martin Fuchs sind unter den fünf meistabonnierten der deutschen Parteien-Accounts vier AfD-Kanäle. Aber das passiert trotzdem nicht einfach so. Sonst könnte man ja auch jetzt einfach aufgeben, ne? Nein, dass die solche Reichweite generieren, hängt mit professioneller Hilfe zusammen. Beispielsweise von Leuten wie Erik Ahrens, der Medienberater von Maximilian Krah. Der vergleicht die Bedeutung von TikTok mit der Entdeckung des Radios in den 1920ern. Er will außerdem mit AfD-TikToks 90 Minuten in das Gehirn junger Leute reinsenden und so einen hypnotischen Effekt erzeugen. Und was sie in dieser Zeit anrichten könnten, das wäre schon enorm, Leute. Als wir uns letztens über Hoss und Hopf unterhalten haben, da habe ich euch ja erklärt, wie schwer es eigentlich ist, Fake News zu bekämpfen. Ich habe zwei Wochen an einem Beitrag gearbeitet, um eine Podcast-Folge zu debanken, die in zwei Stunden entstanden sein könnte. Die geben sich dabei immer das Image der Volksnähe. Sie sprechen ja nur aus, was die Bürger wirklich fordern. Und das gelingt der AfD, anders als den demokratischen Kontrahenten. Deren Videos wirken durch zu viel Beratung unnatürlich. Aber ey, Moment, Stopp. Markus Söder ist unheimlich erfolgreich auf Social Media. Also man sollte Markus Söder da ein bisschen ausklammern. Der ist ein Trottel, ist eine fleischgewordene Weißwurst im Windfahne. Der ist super erfolgreich auf Social Media und auch super präsent. Dem würde ich da ausklammern. Steril. Und als wollten sie sich der Jugend anbiedern, obwohl sie echt ganz schön weit weg sind. Letzteres trifft vor allen Dingen auf diesen Senior hierzu. Ah ja, das ist, äh... Oh Gott. Apache? Ist Apache, oder? Na ja, seht ihr mal. Ich als alter Deutschrap-Kenner, weiß... Anders als AfD-Politiker haben sie scheinbar Angst, Fehler zu machen. Was auch Sinn macht, weil AfD-Politiker offenbar nur gewinnen können. Für Fake News gibt es kaum Konsequenzen. Wenn sie über die Stränge schlagen und die Medien davon Wind bekommen, dann erhalten sie dort noch zusätzlich Bekanntheit. Aber wie schaffen wir das denn jetzt, von diesen Faschisten wegzukommen? Das Beispiel auch hier wieder unser Ulrich Siegmund mit seinen über 370.000 Followern. Der war in Potsdam dabei. Ich glaube, er ist einer der großen Profiteure dieses Potsdamer Treffens, der diesen Skandal auch für sich nutzen kann. Zum Beispiel, indem er ein bekanntes Mantra wieder keult. Die Lügenpresse und die Politik belügen euch alle. Die Wahrheit liegt bei uns und ihr müsst mir helfen, die in jeden Haushalt zu bringen. Wenn man in diesem Land die Wahrheit ausspricht, wenn man an einer besseren Zukunft interessiert ist und wenn man die wirklich Probleme dieses Landes benennt, ist man vielen Leuten ein Dorn im Auge. Genau, die richtigen Probleme sind die Ausländer. Das ist scheinbar weg. Und deswegen brauche ich heute eure Hilfe. Heute brauche ich eure Unterstützung, um genau diese Wahrheit in jeden Haushalt zu bringen. Und er ist nicht der Einzige mit großer Reichweite. Die AfD-Bundestagsfraktion im Dezember noch bei 360.000 hat heute mit 411.000 Followern mehr als alle anderen Parteien zusammen. Was bei Immobilien die Lage ist, ist für Populisten die Reichweite. Wer keine eigene hat, muss dafür sorgen, welche zu bekommen. Und da muss man sich auch manchmal die Hände schmutzig machen. Der ehemalige Vizekanzler Österreichs, HC Strache, hatte einen inoffiziellen Deal mit der Kronenzeitung beispielsweise. Er bringt einen scharfen Kommentar, die Kronenzeitung berichtet. Reichweite für alle. Strache bringt eine scharfe Aussage. Krone.at schreibt einen reißerischen Artikel darüber. Und Strache teilt den Artikel wiederum auf seiner Facebook-Seite. Eine Win-Win-Situation. Strache bekommt Medienpräsenz. Und Krone.at die Klicks. Und das Problem ist nicht auf TikTok allein beschränkt. Auf Ex-Twitter beispielsweise hat Alice Weidel über eine Million Follower. Da können weder Olaf Scholz, noch Robert Habeck, noch Christian Lindner mithalten. Der Trend ist auch auf Facebook zu sehen und erst recht auf YouTube. Dieses Ungleichgewicht ist so ausgeprägt, dass jetzt sogar aus der Zivilbevölkerung eine Bewegung ausgeht, dagegen etwas zu unternehmen. Und das ist für mich ein deutliches Zeichen für das parteiübergreifende Versagen. Das Volk soll sich jetzt selbst darum kümmern, da die demokratischen Parteien unfähig scheinen, der Hegemonie der AfD etwas entgegenzusetzen. Alex, Alex, wie? Also ich finde es interessant. Ich finde es interessant. Wenn man selber die Erfahrung macht, dass Missinformationen, die in kürzester Zeit verteilt werden können, in teilweise wochenlanger Arbeit aufgeklärt und debunkt werden müssen. Und es keine Plattformen gibt, die das Ganze irgendwie anbieten. Sowas gibt es ja nicht. Es gibt nicht eine Antipopulismus-Plattform. Gerade verkürzte Hochkant-Videos, die du mit deinem Handy aufnimmst, sind halt nicht zu ent... Ich wüsste nicht, wie die Parteien das machen sollen. Also wie machen das Parteien? Wie sollen das Parteien machen? Das ist tragisch, Leute. Diese Bewegung heißt Hashtag Reclaim TikTok. Ich verstehe das nicht. Endlich wird das Märchen der stillen Mehrheit in Frage gestellt, mit dem die AfD sich gerne den Anschein der Volkspartei gibt. Erst auf der Straße, wo ziemlich deutlich wurde, wer die Mehrheit ist. Die 83% der Wähler, die die AfD nicht wählen, selbstverständlich. Wir haben bereits über False Balance in den Medien gesprochen, dass wir der AfD alle, auch ich eingeschlossen, mehr Raum geben, als ihre eigentliche Relevanz eigentlich nottäte. Aber vor allen Dingen auf TikTok könnte man aktuell einen ganz anderen Eindruck bekommen. Und weil das der Medienmittelpunkt vieler Menschen in diesem Land ist, ist das wirklich gefährlich. Auf der Straße schaffen sie das nicht. Einer der größten Proteste, den die AfD jemals organisiert hat, war die Demonstration in Berlin mit dem Titel Zukunft Deutschland vom 27. Mai 2018. 8.000 Leute, ja. Es kamen 10.000, 8.000 Leute. Nachdem, wie man fragt, zwischen 5.000 und 8.000 Menschen. Gegen die AfD ging allein in Berlin am 3.2. diesen Jahres mehr als 200.000 Menschen auf die Straße. Der Unterschied ist irrwitzig. Auf der Straße lässt die Engagement eben nicht so einfach künstlich erzeugen. Nicht wahr? Hm. TikTok hingegen hat ein blaues Wunder erlebt, wie wir gerade gesehen haben. Das berichten die TikTok-User selbst. TikTok besteht geradezu 80% aus rechten Teilen der Partei ist auf TikTok so stark und erreicht so viele Menschen wie die AfD. Und das erste, was mir angezeigt wurde, waren zwei Videos der AfD. Leute, die Kommentarspalten mit Hass und blauen Herzen zumüllen, nur Stimmung machen und ansonsten nichts zu bieten haben. Und wie gesagt, sie wollen jetzt etwas dagegen unternehmen und viele sind extra dafür sogar ganz neu auf TikTok erschienen. Ich bin jetzt auf TikTok, obwohl ich mir geschworen hatte, ich werde mir niemals diese App holen. Hi, ich bin Flo, ich bin Klimaaktivist und jetzt auf TikTok. Ich dachte eigentlich nicht, dass mich mal irgendwas auf diese Plattform treiben würde, aber in letzter Zeit hat sich meine Meinung da ein bisschen geändert. Dann konnte ich mir nicht vorstellen, irgendetwas mit TikTok am Hut zu haben. Und doch bin ich nun auf TikTok, um mich der Bewegung anzuschließen, TikTok wieder demokratischer und toleranter zu machen. Der langfristige Erfolg, ich will das mal zusammen, ich finde das okay, ich finde es super. Sollen die machen, ist toll. Mein Cutter postet ja auch TikToks von mir, wenn es passt, irgendwie auf einem Kanal. Und I don't know. Der langfristige Erfolg der AfD auf TikTok ist kalkulierte Falschinformationen und Populismus. Was setzt man dem entgegen auf einer Plattform, auf der das am besten funktioniert? Also super gut funktioniert. Ja und sofort spielen viele wieder die Rolle, die sie am besten spielen können, die Opferrolle. Wuh, die Linken, die TikTok-Fluten. Was ich denke und tue, traue ich anderen zu, lernt man auch im Kindergarten. Naja, wobei Denken ist jetzt vielleicht auch etwas hochgegriffen. Inhaltslos Witzlos, irre, einfach irre. Durch ihr effektives Handeln auf der Plattform trägt die AfD mal wieder zu einer Vertiefung der Spaltung unserer Gesellschaft bei. Aber die Partei selbst ist ja nicht alleine das Problem. Auch andere Staaten, namentlich Russland, geben Schützenhilfe. Und nur langsam kommt das bei uns an irgendwie, dass wir seit Jahren Ziel von Russlands hybrider Kriegsführung sind. Und ich erwähne das immer wieder, weil es eben offenbar einfach nicht im breiten Diskurs ankommen will. Dass wir auf diversen Ebenen angegriffen werden. Und das, obwohl immer wieder Berichte dazu veröffentlicht werden und diese Geschichten auch krass aufbereitet werden. Gerade erst jetzt kam ein neues Einflussnetzwerk ans Licht. Nach der Zusammenarbeit von einem halben Voice of Europe, ja aus Tschechien. Dutzend Geheimdiensten. Die tschechische Regierung hat die Nachrichtenplattform Voice of Europe auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Der Vorwurf, bei dem Portal soll es sich um ein von Russland finanziertes Einflussnetzwerk handeln. Hat den ein oder anderen AfD-Politiker bezahlt. Huch! Verdeckten Finanzierung von Kreml-konformen Europawahlkandidaten. Auch deutsche Politikerinnen und Politiker sollen bezahlt worden sein. Nach Spiegelinformationen soll das Geld entweder bei persönlichen Treffen in Prag bar übergeben oder per Kryptowährung transferiert worden sein. Von insgesamt mehreren hunderttausend Euro ist die Rede. Unter ihnen soll wohl auch, schau mal an, Maximilian Krah gewesen sein. Ja. Ja moin, der dementiert Geld erhalten zu haben. Die Aktivitäten von Voice of Europe fügen sich damit nahtlos in eine Reihe bereits bekannt gewordener russischer Einfluss- und Propagandaoperationen ein. Ihr gemeinsames Ziel, demokratische Gesellschaften zu spalten, vorhandene Unzufriedenheit zu verstärken und das angeschlagene Vertrauen in Politik, Institutionen und klassische Medien weiter untergraben. Und da ist es nicht überraschend, dass es wohl auch eine systematische russische Kampagne auf X gäbe. Es könnte nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einer Wahlbeeinflussung kommen könnte. Und das macht es natürlich alles noch schwerer, den digitalen... ...zusammen mit der sympathisierenden Position von Elon Musk, der sich immer ein bisschen Kreml-freundlich zeigt in letzter Zeit, ha? Und allgemein menschenfeindlich... ... den digitalen Raum zu verteidigen, der im hybriden Krieg zur Front geworden ist. Nicht nur auf TikTok, aber vor allen Dingen dort, denn genau da ist die AfD sehr erfolgreich. Mit dem Hashtag ReclaimTikTok wird auch auf ex-Twitter geworben. Etwa hier, oder hier, und auch hier. Einige ziehen harte, aber durchaus denkwürdige Vergleiche. Und ich persönlich finde es ja sehr wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten. So wie dieser Herr hier. Wir zahlen für Fahrradwege in Peru und unsere Rentner sammeln Pfandflaschen? Stimmt es? Wir schauen es uns an. Was machen wir überhaupt in Peru? Unser Steuergeld verschenkt ihr, heißt es. Falsch. Wir helfen Peru vor allem mit Krediten. Heißt, wir kriegen das Geld zurück. Wir verdienen sogar daran. Oh, das glaub ich dir aber nicht, weil die AfD sagt was anderes. Wie kriegt man die jetzt zurück? Auch dieser Kanal hier. Diese blöde Ampel, die machen alles teurer. Genau, weil seit Amtsantritt der Ampel hat sich der... Das glaub ich aber nicht. Was ist denn das für eine Quelle? Die hab ich nicht überprüft. Gaspreis halbiert. Und der Strompreis... Das glaub ich dir aber nicht. ...hat sich auch fast halbiert. Das ist aber nicht wahr. Das ist immer noch teuer. Die da oben, die können mir ja viel erzählen. Wie holt man die zurück jetzt? Frau Neumann von den Grünen analysiert kurz und bündig drei Taktiken von Anhängern der AfD in der Kommentarsektion. Erstens, whataboutism. Zweitens, anekdotische Evidenz. Drittens, whataboutism. Ist das noch so ein Geschlecht, was dazu kommt oder was? Äh... Erstens, falsche Entschuldigung. Ihr Tipp, diese Taktiken direkt outkoren. Mach doch mal einen Vorschlag. Äh ja. TikTok zumachen, die AfD verbieten. Faschisten ignorieren. Also, oder Nazis keulen. Na, wie es ein großer Satiriker gesagt hat. Ich würde noch hinzufügen, ignorieren. Es gibt nämlich auch einen... Hm. ...Post, der bildlich aufschlüsselt, woraus rechte Trolle ihre Reichweite ziehen. Fazit daraus, ignorieren statt Aufmerksamkeit bieten. Aber auch das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Sich mit einem echten Plan der AfD auf TikTok entgegenstellen, das klingt für mich auch nicht schlecht. Habt ihr schon mal von Heidi Reicheneck... Zack, keine Faschisten mehr. Das Schlimme ist, du glaubst das wirklich. Nee. Aber du kriegst die Faschisten... Also, der Irrglaube ist, Faschisten hören auf, Faschisten zu wählen. Es gibt da keinen Ansatz, der wirkt. Es gibt keinen Ansatz, der wirkt. Du schaffst es nicht, Faschisten davon zu überzeugen, dass sie ihren eigenen faschistischen Ideen und den Confirmation Bias, weißt du, diesem Zustimmenden... Du glaubst nur dem, wo dir zugestimmt wird, diesem Blödsinn zu verarbeiten. Du schaffst das nicht. Mein Ansatz ist, scheiß auf diese Weisheit. Scheiß auf sie. Das sind Nazis. Warum kümmert mich das? Warum sollte man denn politisch Nazis hinterherlaufen und Leuten die Nazis wählen, um sie wieder einzufangen? Einzufangen? Folgendes ist meiner Ansicht nach eine Realität nach dem AfD-Verbot. Von diesen 20 bis 25 Prozent würden sich so drei Gruppen herauskristallisieren. Die erste Gruppe wird das machen, was sie gemacht hat, bevor sie es Nazis gewählt hat. Die Union wieder wählen. Sie werden wieder die Union wählen. Denn viele von denen kommen zufälligerweise aus dem Union-Wählergebiet. Oder sie werden alternative Parteien wählen. Sie werden wieder FDP wählen. Sie werden unter Umständen wieder SPD wählen. Das ist ziemlich absurd. Und in Ostdeutschland werden sie vor allen Dingen wieder die Linken wählen. Denn die Wahlwanderung von den Linken gab es extrem zu der AfD. Es ist komplett absurd. Aber es ist wirklich so gewesen. Und die zweite Gruppe von Leuten wird das machen, was sie auch gemacht haben, bevor sie angefangen haben, die AfD zu wählen. Sie werden sich an ihren Fliesentisch setzen, werden Hartmut und Günther zu sich einladen, zu einer Stiege Oettinger und werden an ihrem Stammtisch darüber reden, was die da oben so falsch machen und dass sie sich viel besser auskennen mit Politik. Und dann werden die wieder nicht wählen. Und dann werden die wieder nicht wählen. Und oder noch nicht ergriffen wurden und werden dann halt eine Nummer nach oben machen. Scheiß auf diese Leute. Scheiß auf sie. Scheiß auf diese Leute. Warum rennt man diesen Leuten hinterher? Das sind Faschisten. Scheiß auf die. Wer 2024 die AfD wählt und irgendwas davon erzählt, dass die ja nur, wir sind ja die, wir wollen. Das sind Faschus, Alter. Hä? Das sind Nazis. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung. Und das ist auch etwas, das ich vollends mit voller Überzeugung meine. Leute, die sich in der Öffentlichkeit faschistischen Ideologien hingeben und das befürworten und das cool finden, müssen sich endlich wieder dafür schämen. Denn die gab es schon immer. Die Entnazifizierung hat nicht funktioniert. Die gab es egal, ob das Prä-Vereinigung Deutschlands war oder dann halt danach. Es gab schon immer Faschus. Die sind jetzt halt nur so konzentriert an einer faschistischen Partei interessiert, die mit demokratischen Mitteln die Demokratie abschaffen möchte. Einer Partei, die sagt, ihr kann es nur gut gehen, wenn es Deutschland schlecht geht. Keinen von diesen Leuten, und das meine ich mit Sternchen, Ausrufezeichen, Sternchen, Ausrufezeichen, Gender, Doppelpunkt, I don't give a f***, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ist es wert, dass man ihn in irgendeiner Form seine, also das ist es nicht wert, ihn zurückzuholen. Wenn die Faschisten wählen und die Demokratie erkennt und die Verfassung erkennt, das sind Faschisten, wir müssen diese Partei verbieten und die Nachfolgeparteien auch, ja dann f*** doch die Faschisten, Alter. Warum sollte man sich mit denen auseinandersetzen? So, sch*** drauf. Sch*** drauf. Hä? Die werden wieder was anderes wählen. Die werden sich wieder an ihrem Stammtisch darüber beschweren, dass die da oben das gemacht haben, weil sie das vorher schon getan haben. Überraschung. Meine Güte, wirklich. Und das ist, also, diese Debatte, das gibt nicht, es gibt diesen, du kannst sie zurückgewinnen nicht. Habt ihr mal eine Debatte mit jemandem geführt, der so verstrahlt ist? Ich schon. Mehrfach. Und das ist jetzt anekdotisch für mich, aber alles um mich rum, alles um mich rum erzählt mir die gleichen Geschichten. Wenn ich Karl frage, erzählt er mir das. Wenn ich andere aus dieser linken, großen Bubble erzähle, die sich damit auseinandersetzen und das deutlich konstruktiver als ich, warum erzählen die mir nicht davon, dass die Leute zurückholen? Warum erzählen die mir nicht davon, dass die Menschen erreichen? Warum erzählen die mir nicht davon, dass diese Echokammer durchbrochen werden kann? Naja, weil die nicht durchbrochen werden kann. Die sind an einem Punkt. Und das muss man verstehen. Und ich glaube, das ist noch nicht, also ich habe es zumindest für mich verstanden. Die sind an einem Punkt, an dem die niemandem vertrauen, niemandem vertrauen, außer der eigenen Bewegung und allen Informationen, die aus der eigenen Bewegung kommen. Allen. Korrektivrecherche wurde gerichtlich widerlegt. Es stimmt nicht. Stimmt einfach nicht. Einfach nicht wahr. Okay. Klimawandel ist nur so, weil die Sonne so warm ist. Okay. Alles klar. Danke, dass wir darüber geredet haben. All diese Dinge, das sind verlorene Seelen. Was auf die? Wir können ja jetzt auch nicht davon ausgehen zu sagen, ja, also, wenn wir die AfD verbieten, dann werden die sich aber im Untergrund radikalisieren. Die radikalisieren sich jetzt schon. Ist ja nicht so, dass Gotteshäuser angegriffen werden von radikal bewaffneten Rechtsextremisten. Oder dass Menschen in Shisha-Bars erschossen werden. Was, wie, die radikalisieren sich. Die sind schon radikal. Die töten schon Leute. Oder wie viele CDU-Politiker müssen erschossen werden auf ihrer Terrasse, damit man sieht, da gibt es ein kleines Problem in dieser Logik. Das ist einfach Schwachsinn. Das ist komisch. Und Führungen von Politikern geplant in irgendwelchen Schattensystemen von Leuten, die denken, sie müssen mit einem gezielten Schlag das System stürzen. Wer will Karl Lauterbach entführen? So, das sind vollkommen verstrahlte Ratten. So, ich kann keinen Ansatz finden für argumentative Zurückgewinnung. Ich meine, es tut mir immer im Herzen weh, wenn ich Leute sehe, die von ihren Familien erzählen, die sie über die Feiertage besuchen. Und dann kommt immer dieser eine Onkel oder der eine Vater oder der eine Opa, der vollkommen verstrahlt ist. Und die müssen die Stimme über sich ertragen lassen, weil die denken, sie hätten politisch die Weisheit mit Löffeln gefressen und sind aber eigentlich nur ein AfD-Abziehbild. I'm so sorry for this people. Und diese Leute, wenn man diese Leute anspricht, die werden dir was erzählen von, die kannst du zurückgewinnen. Weißt du, wie diese Leute mit ihren Familienmitgliedern umgehen im Rahmen von einem toleranten Miteinander? Im besten Fall schaffen die es zu sagen, lass uns bitte nicht über Politik reden, ansonsten kotze ich dir in deinen Weihnachtsbraten, Onkel. Das ist die einzige Chance, sich zumindest irgendwie nicht komplett wahnsinnig zu reden. Und jetzt ist die Frage, sollen diese Leute das auch machen? Sollen die die davon überzeugen, dass ihr komischer, irrer Glaube von, wir sind alle so, oh ja, wir werden ja alle die Ausländer an die Grenzen? Und alter, da sind an einem Wochenende nach der Korrektivrecherche über 1,2 Millionen Menschen auf der Straße gewesen, um zu belegen, dass die nicht die Mehrheit sind. Das haben die nicht geglaubt. Es gibt unendlich viele komplexe statistische Erfassungen zu auch Kriminalität und Herkunft. Das glauben die nicht. Alle Zusammenhänge, die gegeben werden, die gegeben werden, um fundamentale Glaubenssätze, die aus irgendwelchen AfD, populistischen AfD-Reden rauskommen, zu widerlegen, werden nicht geglaubt. Darum ist meine Frage, wenn du glaubst oder wenn du die zurückgewinnen willst, ey Bruder, tell me how. Tell me how. How do I fucking do this? Weil ich, seitdem ich in einer politischen, aktivistischen, gesellschaftskritischen Rolle bin, es noch nie anekdotisch, ich sage bewusst anekdotisch, selber gesehen habe. Und ich auch noch nie relevant davon gehört habe. Gerade die, gerade die, die diesen populistischen Blödsinn verteilen. Scheiß auf die. Scheiß auf die. Ich wiederhole das das dritte Mal. Scheiß auf diese faschistischen Menschen. Fuck them. Fuck them. All of them. Wenn jemand zu mir kommt, der sagt, er wählt diese Partei, dann ist er ein Nazi. Ganz einfach. Und wenn er mir dann in seiner Opferrolle erklären will, dass er da ja aber nur und die dann, aber die dann, Scheiß auf ihn ist, trotzdem Nazi. Wenn du rechtskonservative Politik haben willst, tatsächliche Politik, die sich mit Grenzen und Abgrenzung und Isolation auseinandersetzt, die mir nicht gefällt, aber die existiert, dann wählst du die CDU. Dann wählst du die CDU. Und hast einen richtig guten Deal gemacht. Denn holy fuck, Alter, ist die CDU rechts geworden. Ah ja. Uiuiui. Und das auch bewusst. Kalkuliert. Gefällt mir nicht. Aber sagt man ja immer, ne? Rechts ist ja eine legitime, demokratische Perspektive. Ey. Von mir aus wähl die CDU. Die AfD ist aber nicht rechts. Die AfD ist rechtsextrem. Von der Linken gehört. Die wurde ja bei die da oben bereits eingehend thematisiert. Und auch das Geheimnis ihres Erfolgs kam zur Sprache. Zu ihrer Vorgehensweise sagt sie. Wir haben eine Imageanalyse gemacht. Das heißt, wie kommen wir gut rüber? Was wir miteinander verbinden? Und mir geht es vor allem darum, politische Inhalte zu erklären. Aber eben auf eine Art und Weise, die die Leute gut verstehen. Die vielleicht auch mal provokant ist, die aber immer mit Fakten hinterlegt ist. Inhalte bieten. Informieren. Provozieren. Gern auch mal ein bisschen unterhaltsam. Und das funktioniert erstaunlich gut, um ehrlich zu sein. Das ist Hannes Loth. Ich bitte deshalb die Zustimmung zu unserem Alternativ... Wollen wir das Änderungsantrag nicht? Tja, Herr Loth, da haben wir das Problem. Es gibt gar keinen Änderungsantrag von Ihnen. Oh. Hannes ist seit dem 1. September der erste hauptamtliche AfD-Bürger. Einfach eine katastrophale Politik für die Leute machen. Und Teil ihres Erfolgs ist auch, sich einzelne Themen rauszusuchen. Sie bedient sozusagen inhaltliche Nischen, die sonst niemand behandelt. Gender Pay Gap. Männer und Frauen verdienen das Gleiche. Aber sie verdienen nicht das Gleiche wie Männer. Das Thema Kita. Das ganze Thema Kita. Oder auch Abtreibung. Heute ist der Safe Abortion Day und wir als Linke setzen uns schon immer dafür ein, dass der Paragraf 218 aus dem Strafgesetzbuch endlich gestrichen wird. Der kriminalisiert nämlich Schwangerschaftsabbrüche. Aber das alles funktioniert nicht. Wir erinnern uns an vorhin, wenn man das Medium nicht versteht. Man muss die Menschen auch erreichen können. Und das kann sie. Sie hat einen Unterhaltungswert. Ich freue mich, Sie und euch alle wieder mal zur Selbsthilfegruppe wegen der AfD zwanghaft über das Gendern reden müssen zu begrüßen. Ich frage mich, wie muss ich mir das... Die kenne ich, die kenne ich, die Rede. Eigentlich bei der AfD vorstellen, gibt es bei Ihnen jedes Mal so einen Alarm, wenn Sie zu lange nicht über das Gendern geredet haben. Alarm! Was Ihr Beispiel in jedem Fall zeigt ist, nein, nicht nur die AfD kann TikTok. Nicht nur die AfD erreicht dort erfolgreich die Leute. Und das könnte doch auch anderen gelingen. Man muss nur investieren. Zeit und Geld. Ihrem Beispiel folgend ziehen nun auch andere Politiker auf TikTok nach. Ja, etwa Lauterbach, der die Revolution auf TikTok angekündigt hat. Bei dem es aber immer noch nicht so wirkt, als wäre die nötige Bereitschaft, da eine richtige Offensive zu fahren. Bislang konnte die AfD es so darstellen, als sei die wahre Mehrheit der Bevölkerung hier in den sozialen Medien auf ihrer Seite. Aber dieser Eindruck beruht auf Vorsprung und einer Materialschlacht, die sie aufgefahren haben. Fakten waren eher schmückendes Beiwerk. Hauptsache blaue Herzen. Doch damit ist nun Schluss, denn das Hauptziel von Reclaim TikTok ist es, den demokratischen Diskurs auf TikTok zurückzubringen. Und das bedeutet, Fakten sollen wieder mehr Gewicht erhalten. Und nichts würde ich mir mehr wünschen. Wie machen das junge Leute? Außer vielleicht den menschlichen Schlafrhythmus oder so. Aber Leute, kein Diskurs macht Sinn ohne Fakten. Und kaum beschließt TikTok die Reichweite des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl auf seine eigene Zuschauerschaft zu begrenzen, ist Ruhe im Karton. Was für ein Zufall. Der Grund dafür ist übrigens wiederholte Verstöße gegen die Plattformregeln, etwa Homophobie, Hetze gegen Flüchtlinge, Verschwörungstheorien zum Bevölkerungsanwalt. Rechtsaustausch. Und AfD-Fans so, man darf seine Meinung gar nicht mehr äußern. Weißt du, es ist richtig mutig zu sagen, so, ja, wir möchten Meinungen verbieten, Reclaim TikTok wegen rechts. Aber wenn man sagt, Reclaim TikTok wegen links, freie Meinungsäußerung. Was ist das denn? Hä? Warte mal, warte mal. Rechts. Aber wenn man sagt, Reclaim... Was ist... Der Tanzverrück, ehrlich gesagt, ein bisschen. TikTok wegen links, freie Meinungsäußerung. Ey, ihr seid ein einziger Haufen aus dem Freiluftpsychiatrie in Flohne Sträfchen. Es wundert mich schon. Ausgerechnet die Anhänger einer Partei, die noch im Januar bekräftigt hat, eine demokratische Partei zu sein. Die AfD ist eine demokratische Partei. Zeigen sich erstaunlich wenig demokratisch, sobald sie mit Gegenwind konfrontiert sind. Überraschung. Kurze Erinnerung. Genau das gehört fest zum demokratischen Diskurs dazu. Aber das ist schon wieder viel zu Fakten passiert, Alex. Fakten sind so anstrengend. Geht's nicht auch populistischer? Und ob... Beispiel. Der Deep State fährt jetzt nach der Korrektivrecherche direkt die nächste Anti-AfD-Kampagne. Und das sehen auch Leute wie Erik Arendt so. Ihr erinnert euch? Der Medienberater von KRA. Der sagt, es gäbe keine linke TikTok-Offensive außer dem staatlich finanzierten Müll, denn man müsse die Leute gar nicht zensieren, weil sie so unattraktiv wären. Ach ja. Diese Opfermentalität, die da so schön kündigt. Oh Gott, Alter. Die wird wird. Schau mal, die zensieren uns. Die wollen uns das Wort verbieten, weil wir patriotische Werte vertreten. Und dann mit Russland rumklüngeln. Sehr patriotisch. Die Behauptung. Es handelt sich hier um eine von der Regierung orchestrierte Kampagne gegen die AfD. Die ist super vorhersehbar gewesen. Wo sind eigentlich meine 66 Euro für die Demo letztens? 69 Euro. 69 Euro. Und die wurden überwiesen. Ursprung für die Behauptung, der Staat habe seine Finger... So kommt raus, dass ich heimlicher Finanzier der Antifa GmbH in Deutschland bin. So kommt's raus. Im Spiel ist nicht nur der Hashtag allein, sondern auch die Ankündigung anderer Parteien ebenfalls auf der Plattform aktiv zu werden. Sogar Olaf Scholz hat angekündigt, ab April auf TikTok zu sein. Hoffentlich vergisst das nicht wieder. Und das stört die AfD, die TikTok bisher scheinbar als ihr Hoheitsgebiet betrachtet hat. Aber muss die AfD wirklich um ihre Hegemonialmacht fürchten? Ich möchte mal den Take-off machen, weil das... Also neben dem Populismus nochmal... Populismus ist ein sozial-medienweites Problem. Fake News ist ein... Das findet auf allen Plattformen statt. Und die Plattform kriegt es mehr oder weniger mal hin und mal weniger gut hin, das zu moderieren. TikTok hat einen zusätzlichen Zusatz neben der 1,2 Milliarden Nutzer. Aber es ist auch noch chinesisch regiert, könnte man sagen. Also ob TikTok nun von Nazis instrumentalisiert wird oder nicht, das ändert das Problem von TikTok nicht. Und das ist ja auch nicht der Ansatz, den beispielsweise die Amerikaner haben. Der amerikanische Ansatz ist... Soll ich... Alter, warum zur Hölle werden so viele Daten nach China gebracht, wenn wir die doch irgendwie nicht dahin bringen wollen? Und der Konflikt Amerika und China ist ja jetzt schon eine ganze Weile am Gären und vor sich hin kochen. September werden wir das sehen. Also September werden... Wir werden September einfach sehen. Denn September ist der Zeitpunkt, die Frist, die der Kongress ByteDance, glaube ich, ist erinnern wir, ByteDance gegeben hat, TikTok an ein amerikanisches Unternehmen zu verkaufen oder TikTok zu verkaufen und es nicht mehr durch die chinesische Regierung abfarmen zu lassen. Abfarmen. Und wir werden sehen, ob das funktioniert. Der AfD gelingt es aktuell, einen immer größeren Vorsprung aufzubauen. Aber nicht, weil sie Recht hat oder die Fakten auf ihrer Seite hätte. Nicht, weil China das so will. Also tut mir mal einen Gefallen. Ich habe gerade übelst die Tilt-Rede gehabt. Ich habe übelst die Tilt-Rede gehabt, wo ich gesagt habe, die ganzen Faschisten von TikTok. AfD. Also muss nicht immer dasselbe sein, aber so. Wenn morgen das Video kommt, wenn morgen dieses Video hier gerendert wird, dann könnt ihr ja gerne einfach mal TikToks machen. Wenn ihr einen TikTok-Account habt, schneidet ein Video draus, macht TikToks draus. Macht TikToks. Let's go. Feuer frei. Macht es. Dings macht es auch. Timo macht es auch manchmal. Aber wenn ihr da einfach... Ballert es zu. Ballert sie zu. Bei einer antifaschistischen F***. Ballert sie zu. Von mir aus. Mein Gott. Zumindest kann ich das nicht beweisen. Nein, für mich ist das zentrale Problem, dass die etablierten Parteien und deren Politiker überhaupt nicht verstanden haben, dass sie Social Media wirklich ernst nehmen müssen. Kuckuck, hier spielt die Musik. Dass Plattformen wie TikTok der Lebensmittelpunkt der Menschen geworden sind. Wer dort nicht stattfindet, findet in den Leben dieser Menschen nicht mehr statt. Oder angelehnt an Erik Ahrens, kommt nicht in die Gehirne der Leute. Und ihnen ist auch überhaupt nicht bewusst, was das bedeutet. Das beste Beispiel war jetzt Karl Lauterbach. Der sagte bei Hard Aber Fair, dass er seine TikToks selbst von einem Handy veröffentlichen möchte, weil das authentischer wäre. Machen Sie das selbst oder haben Sie da ein Team für? Also diese privaten Accounts, die mache ich selbst. Das muss ja Echtheit haben. Das muss, also das darf nicht gestellt sein. Und die meisten würden sagen, ja, das ist doch der richtige Ansatz. Aber selbst wenn es möglich wäre, wirklich authentisch zu sein, dann ist das leider trotzdem der falsche Ansatz. Einen Eindruck davon erhalten wir, wenn wir einen Blick auf die Bemühungen der AfD werfen. Die beschäftigen auf Landesebene ca. 120 bis 150 Mitglieder nur für Social Media. Man nimmt dafür offenkundig richtig Geld in die Hand. Es mag gut und schön sein, wenn einzelne Politiker sich irgendwelche Kanäle zulegen und da in ihrer Freizeit mal ein bisschen aufhip machen. Hey Rizzo, du alter Zerstörer. Die Medienkompetenz scheint einfach nicht ausreichend, um die Komplexität des Themas zu erfassen. Sie haben keine Chance gegen die Medienmaschinerie der Konkurrenz, wenn sie nicht entsprechend mitziehen. Berlusconi hat natürlich auch wegen seines unkonventionellen Lebensstils für Aufsehen gesorgt. Das ist übrigens, also das muss man auch klar sagen, das Mitwirken an solchen Sachen ist das unweigerliche Zugeständnis, 100% Populismus mit Populismus zu bekämpfen. Ey, das kann man sagen, ich habe auch die Position, dass es mehr linken Populismus geben muss. Aber das würde dann, das wäre das, dass irgendwie die Konsequenz, also dass Populismus mit anderem Populismus bekämpft wird. Und das kann man versuchen. Ich bin gespannt. I don't know. Wir werden es ja sehen. Vielleicht wird TikTok auch verboten. Vielleicht wird die AfD auch verboten. Für beides hoffe ich. Und vielleicht geht Twitter pleite. I don't know. Aber ohne die Maschine, die er sich gebaut hat, wäre er vermutlich nie zu einem solchen Einfluss gelangt. Ein Berlusconi muss das Medium verstehen und mit diesem Verständnis die eigene Dominanz auf diesem Medium anziehen. Bist du auch wegen der deutschen Politik oder wegen der rechten Seite Deutschlands ausgewandert? Hä? Ich sitze doch nicht in der Schweiz wegen den Rechten. Hier regieren die Rechten doch. Guck dir mal an, was die SVP so auf Social Media macht. Letztens hat der Fraktionsvorsitzende von der SVP gesagt, dass er nicht mehr bei Mikros einkaufen will, weil die Leuten vom Ramadan alles Gute gewünscht haben. Und der hat sich dazu hinreißen lassen, also jetzt kauf ich da nicht mehr ein, weil die haben den Ramadan. Hast du geraucht, Digga? Hast du geraucht? Oh, vollkommen, vollkommen. Anstreben. Man mag den Eindruck bekommen, dass die Produktion von Social Media Anhalten mal eben nebenbei funktioniert. Beispiel für diese kleine, popelige, einmal in der Woche erscheinende Videoproduktion. Hier arbeiten aktuell elf Leute in kleineren und größeren Aufgabenbereichen. Das reicht immer noch nicht, um einen aktuellen Plan umzusetzen. Das reicht auch nicht für... Aha, sein Plan! Ex-Twitter und TikTok. Es müssen noch mehr sein. Ich sitze in einem Studio, in das ich zehntausende Euro investiert habe. Und ich arbeite rund um die Uhr. Seit vielen Jahren. Das habe ich mir aufgebaut, ohne Fernsehauftritte oder Connections. Einfach nur so. Du musst jetzt mal hustlen. Und da fragen sich plötzlich heute, wo kommt der auf einmal her? Ja, wieso hören ausgerechnet diesem Typen hunderttausende Leute zu? Wieso ist der einfach so bekannt geworden? Ich finde es auch hilarious, keine Frage. Aber ohne unermüdliche Investitionen in das Produkt, das Material und dieses Team wäre es nie so weit gekommen. Danke Team. Danke euch. Danke Vergangenheits-Alex. Es passiert nicht einfach so, Leute. Und wir wollen jetzt gar nicht damit anfangen, wie KI verwendet wird. Die AfD nutzt KI völlig skrupellos für ihre Zwecke zur Generierung von Fakes. Die Produktivitätssteigerung, gerade wenn man es inhaltlich nicht so genau nimmt, ist durch KI-Tools mittlerweile insane. Und man verliert hier immer mehr an Boden. Meine Vermutung, etablierte Politiker sind immer noch nicht aufgewacht. Sie denken immer noch, dass gelegentliche Fernsehauftritte und gelegentliches Kaninchenstreicheln im Kleingartenverein reichen würden. Ja, und ansonsten gibt es ja... Digger, was war das denn für ein Thick-Boy, Alter. Auch die Landesliste, die regelt das schon. In Zeiten der Volksparteien und des linearen Fernsehens mag das auch so gewesen sein. Aber die Zeiten sind vorbei. Und die AfD hat das verstanden und sie investiert darin, die Dominanz in den neuen Medien zu erlangen. Was für sie von entscheidender strategischer Bedeutung ist. Die Parteien müssen dringend ihre Prioritäten anpassen und investieren, um andere Perspektiven auch auf TikTok anbieten zu können. Um diese Verzerrung der Mehrheiten wieder in ein richtiges Licht zu rücken. Allen ist doch längst klar, dass Politiker... Ich sag das einfach mal dazu, weil ich die Debatte da sehe, ne. Es ist unheimlich kontraproduktiv, die Politik der Schweiz und das Standing der Schweiz, nicht nur von der Größe, sondern auch von der politischen Realität, in irgendeiner Form mit seinen Nachbarländern zu vergleichen. Das wird der Schweizer Realität einfach nicht gerecht, ne. Auch die Elemente der direkten Demokratie, die damit eine Rolle spielen. Da spielt auch die Vergangenheit eine große Rolle. Das ist alles, da zu sagen, ja hier, aber in der Schweiz, Digga, so läuft das halt einfach nicht. So läuft das halt einfach nicht. Und so kann das auch nicht laufen. Denn da sind ganz andere Systeme in Kraft. Das funktioniert auch ganz anders. Es ist anders gewachsen. Es ist eine völlig unterschiedliche Herangehensweise. Also doch, ich sag mal, völlig unterschiedliche Herangehensweise. Und immer wenn man sich darauf beruft, wird das irgendwie vergessen. Die Schweiz war immer schon national und hat auch immer schon nach diesen Interessen agiert. Und darum ist sie ja so, wie sie ist. Sie haben sich das Nazi-Gold geschnappt und haben gesagt, wollen Sie ihren Bankkontro aufmachen? So, das ist, sie haben ihre Brücken vermint und dann haben sie gesagt, ja mal gucken, was passiert. So, es ist geschichtlich, man kann sich das mal angucken. Vielleicht machen wir irgendwann mal so einen Geschichtskurs, damit man das sieht, warum das so ist. Aber wenn man jetzt sagt, ja, aber dann direkte Demokratie in Deutschland, Bruder. Je mehr Populismus existiert, und das ist ja extrem viel. Desto schwieriger ist das Vertreten von direkter Demokratie. Weil direkte Demokratie ja dann darüber entscheiden könnte, siehe Brexit, was Populismus ausrichtet. Das Referendum von Großbritannien über den Austritt aus der Europäischen Union war direkt demokratisch. Und vor allen Dingen gefüttert von immensen Missinformationen. Man könnte sagen, dass der Brexit das Exemplarbeispiel ist, auf europäischer Ebene, dass direkte Demokratie in keiner Art und Weise die Lösung ist, um ein Demokratieverständnis zu bekommen. Die Leute würden einfach nur sich in Grund und Boden wählen. Also einfach wirklich aus der EU vermutlich. Und das haben wir ja wirklich gesehen. 2016, dann den tatsächlichen Austritt und die Konsequenzen davon. Kleiner Spoiler-Alert. Großbritannien hat davon nicht so profitiert. Politik nun auch in den sozialen Medien stattfindet. Nur irgendwie nicht den etablierten Parteien. Man führt lieber wieder die gute alte Verbotsdebatte. Wie so ein Ausweichmanöver. Weil selbst um diesen Raum kämpfen, boah, also pff, das kostet ja Zeit und Geld und man muss auch noch den eigenen Horizont erweitern. Und die tanzen doch da immer nur irgendwelche komischen Tänze. Wer auch zukünftige Generationen erreichen will, für den ist eine Präsenz in den sozialen Medien unerlässlich und ich glaub's nicht, dass man das 2024 noch so formulieren muss. Es geht hier nicht darum, mal kurz hip zu sein und dem Trend zu folgen. Man kann eine völlige Veränderung der Medienrealität der Menschen nicht mal eben aussitzen. Nur ist die Arbeit mit Social Media keine Kampagne, sondern grundlegende Alltagsarbeit, die jedem, der politisch gehört werden will, in Fleisch und Blut übergehen muss. Falls ihr Fragen habt, meine E-Mail-Adresse steht unten. Erstmal möchte ich Alex dafür danken, dass die Musik nicht mehr so laut ist. Das ist sehr angenehm. So, ich möchte euch jetzt mal ganz kurz einfach mal zusammenfassen, was die Kernaussagen dieses Videos sind. Gesellschaft versammelt sich um Medien. Darüber kann man die Gesellschaft zielsicher erreichen. Wer es schafft, in einem relevanten Medium den Ton anzugeben, der gewinnt an politischem Einfluss. Der sogar dazu führen kann, Macht zu erlangen. Und einmal an der Macht kann man dann dafür sorgen, an der Macht zu bleiben. Siehe Modi, Berlusconi etc. Das erfordert natürlich viel Geld und Dedication. Immer wenn eine neue mediale Revolution ansteht, scheinen etablierte Kräfte zu arrogant, dieses Potenzial korrekt einzuschätzen und für sich zu nutzen. Sie sparen sich das. Sie vertrauen auf die alten Wege, die immer irrelevanter werden. Vielleicht auch der ÖR. Es geht nicht nur um TikTok. TikTok ist nur gerade das Medium, um das gekämpft wird. Wir sehen gerade, wie die AfD und die neuen Rechten diese mediale Revolution nutzen und ihren Vorsprung immer weiter ausbauen. So, that's it. Wenn ihr weitere Gedanken dazu habt, schreibt mir gern unten in die Kommentare. Teilt das Video mit Freund und Feind. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und falls ihr euch jetzt denkt, So, die Sendung ist zu Ende, war erträglich. Dann habe ich hier noch eine Empfehlung. Schaut gern in dieses Video hier von die da oben zu Heidi Reichenegg rein. Das Video ist wirklich stark. Oder ihr gebt euch noch dieses Video hier, wo wir uns mal ein bisschen über Strategien unterhalten, wie man gezielt Desinformation verbreiten kann. Bis denne. Tschüssi Kowski. Ja, sehr gutes Video. Ich habe ja fundamental, also was heißt nicht fundamental, aber ich habe an entscheidenden Punkten halt eine andere Position, die so ein bisschen auch gewachsen ist. An gewissen Dingen brechen sich die Meinungen einfach zwischen dem Parabelritter und mir. Aber da gibt es auch andere Leute, die das anders sehen. Ich bin da halt sehr überzeugt von meiner Position. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr interessantes Video gewesen. Deswegen checkt das gerne aus. Agree to disagree. Oh Gott. Trotzdem sehr, sehr gut.